Warum ist die Autolackiererei Langenhorn Ihr erster Ansprechpartner für Lackierung in Hamburg? Ganz einfach. Wir verbinden auf besondere Weise moderne Technik mit handwerklicher Tradition. Zu unseren Hauptarbeitsgebieten Karosserie, Smart Repair und Kfz-Lackierung beantworten wir gern alle Ihre Fragen. Ich frage mich, ob die neu lackierte Tür zum Rest des Wagens passt. Wir sind in der Lage, Originalfarbtöne aller bekannter Automarken exakt nachzubilden. Dafür haben wir unseren Farbmischraum. Aus den hier gelagerten Grundfarben können wir alle denkbaren Töne herstellen. Unser Farbton-Messgerät liefert die Daten, um die passende Mischformel genau zu berechnen. Nach dem Unfall ist mein Wagen voller Dellen. Kommt man das überhaupt wieder hin? Ein verbeulter Wagen muss kein Weltuntergang sein. Solange es sich für Sie lohnt, reparieren wir jeden Schaden. Professionell und effizient. Wir verwenden nur Markenersatzteile. In unserer Dekra-zertifizierten Werkstatt in Hamburg-Langenhorn reparieren wir aber oft, statt auszutauschen. Mithilfe handwerklicher Ausbeultechniken stellen unsere Mitarbeiter die ursprüngliche Linienführung ihres Wagens wieder her. Ach, eigentlich ist nur ein kleiner Kratzer im Türrahmen. Aber wahrscheinlich wird die Reparatur trotzdem wieder eine Stange Geld kosten. Bei oberflächlichen Kratzern können wir dank unseres innovativen Smart Repair-Verfahren Ihren Schaden kostengünstig für Sie reparieren. Kleine Schrammen oder Lackschäden? Dann bietet Smart Repair die schnellste und preiswerteste Lösung. Wir schleifen den Kratzer an. Dann decken wir die übrigen Flächen ab. Die Lackierung erfolgt nur auf der vorbereiteten Fläche. Am Ende wird getrocknet und fertig ist der Lack. Bei größeren Schäden und zur Lackierung von Ersatzteilen kommt unsere Lackieranlage zum Einsatz. Hier können einzelne Teile oder ganze Autos lackiert werden. Nach der Lackierung erstrahlt Ihr Teil in neuem Glanz. Wir wissen, nur wer schon heute den besten Service bietet, dem vertrauen die Kunden auch morgen. Ob Großauftrag oder kleine Ausbesserungsarbeit, wir lackieren alles außer Fingernägel. Frischer Wind aus Langenhorn Nach hitting der Lackierung vongttttttttttttttt J teammate